Guten Abend, meine Damen und Herren, wir haben uns darauf geeinigt, dass nur einer spricht, weil sie viele Fragen haben. Wir wollen nur zwei kleine Aspekte noch nennen. Wir haben ja versucht, in den begrenzten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, sozusagen diejenigen, um die es geht, gemeinsam mit dieser Kirche bei diesem Thema, die Anliegen ein Stück weit mit zu repräsentieren und einzubringen. Der Text unseres Statements, den wir in der Aula abgeben, das wir in der Aula abgeben konnten, liegt Ihnen ja vor. Wir hatten da Wünsche geäußert, hatten auch Sorgen benannt, hatten Hoffnungen genannt und nach allen drei Punkten können wir sagen, sind wir zwar jetzt nicht euphorisch, aber sehr zufrieden. Und wenn man darauf vertraut, dass der Heilige Vater, nach dem, was er auch heute Abend schon hat, anklingen lassen, eigentlich in der Kontinuität dessen, was er während der ganzen Synode begleitend in seinen Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht hat, kann man das ja auch als Startpunkt nehmen. Und da sind wir beide sehr optimistisch. Meine Frau war immer etwas optimistischer als ich, während dieses Auf und Abs der letzten Tage, vor allem auch der letzten Tage, wo ja nicht so ganz klar war, wie das Ganze zum Schluss auf der Seite der abstimmenden Synodenväter ausgehen würde. Die zweite Bemerkung, weil Sie das ganz gerne fragen und dann können wir schon wieder gleich relaxen hier, will ich das gleich direkt beantworten. Es wird immer wieder gefragt, konnten Sie sich denn einbringen oder konnten Sie denn mitwirken? Da kann man sich wahrscheinlich ganz andere Formen auch für die Zukunft noch vorstellen, wie sozusagen Betroffene oder Laien oder andere, die eben nicht Synodenväter oder Synodenmütter sind, mitwirken, ohne dass der Grundcharakter einer Bischofssynode damit grundlegend irgendwie, verändert werden würde. Aber das ist gar nicht unser Thema. Wir können von uns berichten, dass wir uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt haben und insbesondere auch, was den Kontakt zu den Synodenvätern, zu den Abstimmenden angeht, aber ganz speziell, was die Zusammenarbeit im deutschsprachigen Gesprächskreis anging in den Circuli. Da konnten wir sehr intensiv mitwirken. Das hängt auch damit zusammen, dass dort eine wunderbare Gesprächsatmosphäre war und wir sogar den Eindruck hatten, ich sage das mal in Anführungsstrichen, dass wir in gewisser Weise gefragt waren. Insofern reisen wir nach dem Auf und Ab einer ziemlich in der letzten Woche vor allem emotionsreichen Woche auch wiederum positiv gestimmt ab. Vielen Dank.